Ihr habt wohl gedacht, dass sich der Funk-Royale so leicht unterkriegen lässt, von dieser Schmach, dass ich einfach mal verliere und einfach nochmal von vorne starten darf, dass ich mir deswegen vielleicht denke, ich lasse dieses ganze Spiel sein, weil es eventuell zu unfair ist. Nein, Leute, nein, ich starte nochmal, natürlich nochmal, natürlich Transibania, ich mach alles nochmal, es ist mir scheißegal. Ich weiß, einige Leute haben keinen Bock, da jetzt nochmal zuzugucken, was ich sogar absolut verstehen kann, aber, es tut mir leid, aber, ich hab einfach Bock, dieses Spiel ist geil und, äh, außerdem, mein Ehrgeiz, mein Ehrgeiz zwingt mich, das durchzuspielen, komplett, ja, toll. Da, gut, den Schädel können wir nicht, und kleine, help, hui, Trick, das ist Trick, hui, äh, ich hab die anderen Namen vergessen, hui, quack und quack, oder so, er ist gekippt, bitte hilf ihn, so, und wir sind unverwundbar, denn, keine Ahnung, was ich hier für einen Scheiß mache, so, nehm ich, genau, bam, 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 nein, oh Gott. Jau, das war gut, das war gut, und wir sind, oh, na, Dagobert Duck, der eigentlich Scrooge McDuck heißt, was ich auch noch irgendwie wusste, also, Scrooge McDuck, das wusste ich irgendwie, aber, an die anderen Sachen, die ihr mir geschrieben habt, wie, hui, huak und wöck, oder wie auch immer die heißen, wusste ich nicht, aber eine Sache, die ich dafür weiß, auf die ich stolz bin, haha, hier nehme ich Panzerknacker, und unnützes Wissen von Funk Royale, aber das darf ich mal bitte mit anbringen, ist, dass, die Panzerknacker, die haben ja eine Nummer, vorne drauf zu stehen, und die fängt immer an mit 1, 7, 6, so, das ist mein unnützes Wissen an euch, Thanks, Uncle Scrooge, errate mal, dieses Haus hat eine unsichtbare Wand, Nein, im Ernst, was du nicht sagst, quak, 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 ja, ich möchte das Spiel einfach wirklich, äh, auch zu Ende bringen, das war gut, und nochmal unverwundbar, also, einfach jetzt durchrennen, ich benutze das Rush-Wort nicht, ich hätte gesagt, durch Rush, ach du Scheiße, bam, muss ich also kaputt machen, nein, ich brauch mein Geld, gut, der Dagobert Duck, der braucht einfach sein Geld, aus Klondike, yeah, bounce, 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 super, 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 ähm, ja, ich komm grad von MapleStory, was natürlich wesentlich einfacher ist, was man mit diesem Spiel hier gar nicht, ne, 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 was man mit diesem Spiel hier gar nicht vergleichen kann, weil MapleStory ist einfach mal, hüpfen, Monster tot machen, bla, 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 dieses Teil hier brauch ich, es ist nämlich ein Lebenspunkt mehr, deswegen hab ich mir gedacht, ich geh gleich hier in diese Welt, damit ich den Lebenspunkt zumindest habe, der, glaub ich, mir schon sehr viel weiterhelfen wird, Eis, Eis, nein, das Eis ist weg, oh mein Gott, Dagobert, bitte raste nicht aus, nein, dein Glückstaler, aah, genau, sein Glückstaler, den er, man kann ja mal ein bisschen zur Geschichte von Dagobert Duck erzählen, ich zumindest finde es so ganz schön, also wie gesagt, es ist die reichste Ente, oder, naja, das reichste Lebewesen in der Welt der Ducktales, ähm, und da war auch eine Illusionswand, aber wir müssen hier oben lang, glaub ich, zur Lore, ähm, ach ne, müssen wir gar nicht, ach, scheiße, kann ich bitte zurück, nein, ähm, er hat sein erstes Geld verdient, indem er durch Schuhe putzen seinen ersten Taler verdient hat, Dagobert Duck, der Tausendsasser, der schlaue Fuchs, yeah, das hier kann ich jetzt ja alles, das ist ja total toll, so ein Scheiß, warum konnte ich davor gar nichts, ich unglaublicher Idiot, ich idiotischer Idiot, und, oh Gott, hier war ich noch nie, oder, hier war ich noch gar nicht, wo geht's hier weiter, was ist hier, nur ein Eis, ein Eis umsonst, Dagobert Duck nimmt eh alles, was umsonst ist, jupiuhu, und, da, jetzt kommt runter, shit, können wir das jetzt wegmachen, yo, weg, ahaha, ich glaube, hier irgendwo wäre dann auch der Schlüssel gewesen, ein Leben, oh Gott, so ist das, oh Gott, das war knapp, okay, aber immerhin Leben, jetzt fallen wir hier runter, das ist völlig okay, äh, 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 gut, dann hier, was, hä, dann halt so, gut, ah, eine Kipste, ah ne, ich muss unten wieder anstoßen, ja, der uns, Kuchen, okay, 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 wo lang, wo lang, wir gehen hier lang, hier gab's überall auch Schatztruhen, aber ich muss mich beeilen, unsere Zeit ist nicht gerade, ähm, super, also Zeit arbeitet gegen uns, aber dennoch, wir brauchen Dagobert Duck, der würde niemals sagen, ich will nicht alle Geheimnisse haben, nein, Dagobert Duck sagt, er will, hallo, oh nein, das war unfair, Dagobert, oh man, Entschuldigung, wo gab's noch eine, hier oben, bei der, nein, okay, ah, direkt, 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 aber es macht mir so einen Spaß zu spielen, auch wenn ich verloren hab, auch wenn ich alles nochmal machen darf, ist doch auch egal, da mach ich halt alles nochmal, ein paar werden das deswegen nicht gucken, aber, das respektiere ich auch, weil das nochmal alles zu sehen ist jetzt nicht so spannend, oh, ja, ein Diamant, oder was, ein Edelstein, oder ein hart gefrorenes Eis, noch ein Edelstein, nein, ah, ich krieg hier so viel, ich hab jetzt schon, oh, 100.000, I'm so fucking, nein, ich bin so dämlich, es tut mir leid, Leute, ich wollt da nicht hin, scheiße, 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 da muss ich mich echt beeilen, Kopf einziehen, ne, springen Dagobert, springen, 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 hierüber, da hoch, und Lohrenlevel, aber das ist ein kurzes Lohrenlevel, ein einfaches Lohrenlevel, ein schönes Lohrenlevel, jüppi, jüppi, gut, jetzt hier hin, da noch, äh, Snagadas, na, jetzt gehen wir mal hier lang, genau, jetzt, ah, genau, hier, die brauchen wir nämlich auch noch, ja, 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 noch mehr Geld, und ja, noch viel mehr, oh Gott, 258.000, ich brech alle Rekorde, niemand hat jemals so viel Geld gehabt in dem Spiel wie ich bald, oh Gott, seht ihr, schaut euch das an, I'm the king, oh Gott, okay, jetzt beeile ich mich aber, jetzt, echt, jetzt aber, ist Luzi angesagt, die Hälfte der Zeit ist weg, okay, hüpf hier hin, Mumien, und, äh, Leute, vielen lieben, 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 lieben Dank für die ganzen Spiele, die ihr immer genannt habt, weil, ich wusste, schade, ich, oh, ich hab nicht scheiße gesagt, ich hab schade gesagt, ich wusste nicht, was für Teile es noch gibt, und ihr habt richtig Ahnung, und zumindest zwei Spiele hab ich jetzt gefunden, die ich unbedingt noch machen muss, ähm, das eine ist, äh, Donald Duck Crack Attack, oder so ähnlich, Donald Duck Crack Attack, und das andere, oh shit, hier irgendwo war aber ein Eis, glaube ich, kann das sein? Oh, ich hoffe es, zack, oh, ein Minigolf spielen mit, naja, so, ja, da war ein Eis, und, oh, sehr gut, Oh Gott, ausweichen, ausweichen, ausweichen Und das andere ist Ein Graf Dacula-Teil Oh, sehr gut Ja, und auch wenn er nicht wirklich zur Duck-Reihe gehört Der Name Duck kommt aber drin vor Also muss ich ihn spielen Oh Gott, wie war sie nochmal? Ich hab's fast vergessen Das Schöne finde ich ist, dass er so schnell ist Oh Gott, scheiß, schade Nein, Dacubert Oh, das war knapp Alter Hüpf, gut, okay, danke, Gundel Oh nein, Gundel, gut, doch Na gut, jetzt bist du zu hoch Jetzt bist du wesentlich zu hoch Schnell unten drunter, ja, scheiße Nein, ich möchte jetzt nicht ein Leben verlieren, bitte nicht Nein Nein Das kann doch, ich wusste doch, wie sie geht Und warum macht sie jetzt aber so ein Scheiß-Bewegungsmuster, das ist ja dämlich Ich hab mein Leben verloren, weil ich eingesammelt hab Jetzt hab ich wieder nur noch drei Versuche oder das ganze Spiel ist wieder vorbei Ach ja, und diesmal lass ich's Also wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, irgendwie Zumindest, ich mein, man kann nicht abspeichern Ihr habt's gesehen Das ist verdammt nochmal unfair Also ich find's zumindest sehr unfair Wo kam jetzt hier der Geist? Hier kam noch Okay, jetzt kommt keiner mehr Okay, Gundel, Gaukelei, jetzt aber Komm, wir haben sie einmal geschafft Jetzt schaffen wir sie nochmal Nein Oh Gott Schnell drunter durch Warten, warten, warten Komm runter, komm runter Ach du Scheiße Gut Und Jumpen Oh nein Mann, oh Ah Nein Funk Funk, bitte Nein, was soll das Ein Versuch nur noch Oh Gott, bitte jetzt Streng dich an Streng dich an, Funk Funk Okay Schnell, beeil dich, beeil dich, beeil dich Und So Nein, sie hat noch ein Leben Sie hat noch ein Leben Ja Okay, okay, okay Nein, spring, spring, spring Da, gobert Nein, sie hat noch ein Leben Das geht nicht, das geht nicht Unfair Äh, jetzt ist sie ganz oben Ihhh, geht, 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 geht Komm, 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 komm Da, gobert, da, gobert Gott, jetzt Gut Da, gobert, da, gobert Oh, oh Gott Ja, das ist zu dämlich Gut Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott Nein Warum da, warum da, Gundel, warum Gundel, das ist unfair Bitte tief Flieg tief Die Schwalben fliegen tief Oh, es wird Regen geben Kacke Anscheinend doch nicht Okay, okay, okay Komm, komm, komm Wupp Nein Dämliche Höhe Jetzt, 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 jetzt Weil es gibt nur drei Stellen, wo sie landen kann In der Mitte Rechts oder links Oder hier Puh Okay, es gibt vier Stellen Jetzt, 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 ich Und Ja Uh, 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 meine Kiste, meine Kiste Und das erste Juwel Yes Ja, 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 ja Dann Perfekt Ah, wie schön Okay, aber dann Gut, wenn ich das jetzt schon so geschafft habe Das, was ich jetzt machen werde ist Damit ich das Spiel immer durchspiele Wow, eine Million Oh, da, gobert Dein Geldspeicher wächst Alter Drei, eine Million Drei Millionen, ein Ja, genau Ein Gold Eine Million 349.000 Wir Verhelfen, dunkel, da, gobert So Was ich jetzt machen werde ist Ähm Das Spiel Safe staten Es geht nicht anders Ja, weil Ich möchte es durchspielen, unbedingt Ich möchte sehen, wie es zu Ende geht Deswegen Jetzt hier Funk Royale over and out Aber wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder S.B.S. S.B.S. S.B.S.